gut läuft hast du es jetzt bekommen ja dann ich hab zu dir von mir bekommen und ganz gern wieder posten wir finden gleich glaubt mir wir finden mehr als genug mehr als wir überhaupt in unser alt so der kreisung ist es schon nach zwei die scheiße ich kann nicht mehr lange schade 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 er nicht 20 Minuten kann nicht noch 20 Minuten das reicht bis dann also alle Häusern durch aber Nils kannst du noch ein bisschen bisschen noch von dem an dem er soll zu viel jetzt eine Stunde noch ja mal gucken ja was für gut ihr von links ist schon mal kranken außen also so geile Häuser aber wir sind gut das Team eigentlich nimmt im Moment fahren läuft es gut noch so viele Spieler waren auch wir konnten ein bisschen eingefroren müssen alle dort ja aber das glaube ich jetzt nicht wegen naja wegen so viel Spieler sind es dann auch nicht ja gestern war es so da wurden wir alle drei der hat uns gefunden hallo ähm ich hab dir ja schon gezeigt zombie zombie aber der ist verpackt oder so was los halte so wird man auch so wäre das von Endboss oder was auf jeden Fall ob das ich bin in die entgegensteht es geht ja gar nicht mit der du kannst also ich habe ich schon mit Doppel und das Doppelteil gefunden hier lag eine MZ 14 rum wie lag eine G17 rum die entfiehlt Makarov alles Lucky Sprint schon in den neuen äh wenn wir in AKF hey das ist ein Fußballfeld ich möchte erst nur noch die Endboss bei Fußballspielen das ist ein Fußballfeld Juhu Fußballspielen können ein paar Zombies fragen damit noch ein Rentsch hier die ganzen roten Häuser können wir rein ja geil so geil so geil es sind nur 77 Zombies gespawnt ist es oh in Lägen ja komm es ist einfach vorbei nicht unnötig ich muss mal beziehen zu schwenden auf keinen Fall ach hier rollt aber schön ja du nicht ich weiß nicht was ich hab keine Lust zu rollen und schnellstens geht es äh so zu kriechen ich weiß nicht warum aber ich glaub das ist noch schneller als sonst du hast aber auch lauter mein ich nö okay wir sind an der Rücken und da sind erstmal da gut oh da ist noch ein Zombie ein aufwassen da sind wir halt hey hier sind Zombies und Zombies spiel ja doch wirklich in den aber hier in dem kleinen Haus sind zwei Wohnungen wollt ihr ja oben in die Wohnung gehen guck mal hier unten ja ich geh mal noch ich geh nach oben hier ist Feuerholz ich geh nach unten ne ich bin schon nach unten ich bin nach oben ich bin nach oben ist nichts aber ich hör irgendwas totes ja ich auch hier ist ein weapon headshot Alice Pack ne mit ich geh mal ich geh mal ich geh die Leiter hoch ne also wenn ich jetzt Take Alice Pack mach sind alle meine Sachen ich mach das das sind alle der Sachen aus im Winter weg leg die erst ab und dann mach Take Alice Pack dann wieder aufsammeln ich kann mal mit hoch kurz gucken auf dem Dach ist nix ne Dach ist nie was brauchst nicht hoch gehen hier ist die Alice ich lass mal ähm eine Road Flares drin um zu gucken ob äh das dann wirklich verschwindet Take Alice Pack so was ich drei Brecheisen unnütz ey Brecheisen ist doch der größte Dreck den das da ist nicht mehr drin ja stimmt verschwindet dann ey ich wäre das eigentlich effektiver ein Brecheisen ich bin auf unserem Ausgang auf euch ne gehen wir mal wie sein gegenüber da draußen da warum sind die denn fliegen ey ja ich bin draußen ich hab mich gesehen ins Rennen im Haus gegenüber ja das Haus oder ich hab den Namen getroffen einfach hier rein ne es kommt so wie die können auch in die Häuser rein ne ja weis ich geh durch geh durch ok oh scheiße ich müsste mal nachladen scheiße kommst du klar ja ja hey stirbst du mal hier kann man nirgendswo reingehen doch du musst weiter hoch gehen also in jedem Haus ist ne Wohnung offen ähm ich hab ein Lee Endfield Magazin nimm einfach mit das ist ja empty water bottle brauchen ähm punkt a äh punkt 45 ACP brauchst du es? ja ok dann nehm ich das an ich blüte noch immer scheiße wo bist du? oh der hat Bandage nicht genommen da bist du ja auch einfach rüber ja ich ok dann haben wir noch was zu essen und kann ausdrecken das ist hier so geil der Ort kenn nur vor wenige Leute irgendwie da ist nix mehr drin hier im Haus äh oder warte ich schon drin warte nicht dran gehen das ging über hier ich geh jetzt mal ins Krankenhaus ich hab nur ne man ich hab nur ne mal da ach fuck ja ja genau ich geh in das nächste Haus reingucken ich glaub da kann man auch nur die äußerste Scheibe kaputt machen oder sowas irgendwas hab ich da gesehen nee du kannst jede Scheibe kaputt machen sich hier rum essen und noch mal irgendwie ah jetzt geil hab wieder richtig geil Magazin ah jede Menge Bandages ach ihr seid in diesen Dings ne ich bin ich gerade mal ich bin ein Hausweitergang EP-Pen braucht man auch nicht oder? ne mit ne mit ne einfach mit ähm ich nimm mal eins mit einfach ähm eins noch blood bag nehm ich mal mit auf jeden fall also ich hab 9000 wär cool wenn ihr mir eins geben könntet ich hab noch ähm einen Mammothin und einen Painkiller loih da kommen immer mehr rein wie geil das ist auf dem Dach ist auch was ne hier das hat grad rumgebackt irgendwie sind grad und endlich glaub ich drin blood bags ja glaub schon oder du nimmst keine auf doch ich hab schon 4 und da sind jetzt waren dann nochmal 5 drin ja das ist noch 10 drin 10 blood bags äh ne 5 Stück eigentlich nur hä what the fuck pain killer haben jetzt erstmal genug obwohl ich bräuchte mal langsam munition für äh ich fahne mal ne Makarov oder was anderes wer ist grad hier? bist du das grad? ähm meinst du das hier? ja das bin ich kannst du mir ähm ich hab noch ein blood pack äh wer nimmt die? kannst du mir was geben? meinst Blätter Rucksack ist leer auf jeden fall ähm ich geb dir im ersten Fall ich nehm mal ein bisschen trinken mit das ist ja auch ich sollte auch mal ähm ähm ich muss mausrad mausrad und dann 1 äh 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 ich hab dahint eigentlich öffnet aber ja ich mach's nochmal mausrad und dann äh Giftblood Transfusion oder so achso ähm ich brauch's mit einem Ventan ne? ja das ist schon klar ja dann block ah ok wieviel Blut hast du denn? ähm 9600 ich hab jetzt 12.000 ja gut ich hatte ja davor schon mit einem Steak ähm 11 18 hab ich nur was anderes gemacht ich hab die drei Hörser auf der Seite durchsucht wir können ja ähm gibst mir noch ähm ich nehme mir ein bisschen Blutpack noch von dir raus dann kann ich den noch ein bisschen nehmen oder hast du oder so? ähm nicht ich kann dir welches reingeben ja dann gib mir ein paar und dann Tasche ich muss auch deine Tasche ja dann gebe ich dir die die kann auch alles in die Tasche reinstecken ne? ich bin mal bei euch ach ja ich geradeaus das Haus was ein bisschen weit hinten ist ist so nochmal zwei Wohnungen drin wie viele äh bloodpacks hast du? du hast keine? ich nicht wie viel Leben hast du? wie viel Leben hast du? wie viel Leben hast du? ich hab äh 11 8 ja wie so kann ich jetzt nichts mehr ich hab dir was reingetan ich hab dir was reingetan ich hab dir was reingetan wie so kann ich jetzt nichts mehr in deinen Rucksack tun? dann leg's einfach irgendwo ab und ich nehm's auf ich hab dir eins reingetan ich hab dir eins reingetan echt rein was haben wir hier noch? Bandage, Pinkel egal wir müssen auf jeden Fall noch in ein einziges Haus bist du nicht rein? ähm das ist mein rot ah oder ich geh da allein wie ihr wollt ähm Nick? ja warte ich will dir noch das Blut weggeben ich hab hier liegen noch genug rum nämlich einfach ne ich will dir dass du ein bisschen mehr Blut kriegst ich hab's doch schon voll hast du mir doch schon gegeben ach so ok ich bring das äh voll voll immer voll ja müsste immer voll sein ja oh hier sind wieder fliegen aber ich hoffe mir dass hier jetzt ein Toter rum liegt was haben wir hier? macht ihr noch nicht weggehen wenn ihr schon weggegangen seid? ich bin gegenüber in einem Haus ok aber hier bin noch niemand drin das ist alles gut ich hab ne Wasserflasche noch ne Uhr falls jemand braucht ähm ne Uhr ist auch irgendwie solang es deutsch ist oder was wo man keine Uhr die Uhr haben wir geil noch eine Revision für meinen Revolver äh bis zum Einzelstehenden Haus oder ein 1 von ne 2 das ganz flache was geradeaus durch ist ganz flache ja vom Krankenhaus aus geradeaus zwischen den Ah da ist ein flaches ok ja ich geh da auch mal in so ein Haus da hab ich noch Lee Enfield Munition hier ist noch ne einzelnes ja ich auf jeden Fall Lee Enfield ja natürlich nen Rucksack ich hab keine Ahnung ob da schon einer drin war von euch ja ich bin jetzt drin ihr könnt in die zweite Wohnung gehen ah ich will ich jetzt auch umgehen Ah das rückt grad es liegt hier also hier kann ich grad nirgendwo reingehen bisher noch mal ah hier liegt aber was ah ein Coyote Pack äh in welchem bist du das sieht auf jeden Fall so aus im zweiten Makarov-Magazin äh hier liegt noch ein Fernglas weil es ist auch da können hab ich schon oh Fernglas ja ja und nur ist hier auch noch ich hab noch mal Munition für mein Revolver ich brauche ganz ruhig aufnehmen und noch mal Munition für meine hier ähm oh hier liegt ein